Hier haben wir zwei neue Motive unserer Glücksbändchen. Die sind aus 925er Sterling Silber, 18 karätig vergoldet und mit einem Nylonband versehen. Es ist individuell einstellbar, sodass es wirklich jedem Handgelenk passt. Sogar zum Beispiel auch kleinen Kindern oder wirklich kräftigen Handgelenken. Und zwar kann man einfach diese beiden Bänder zusammenziehen. Das kriegt man auch ganz einfach selber hin. Denn entweder man hält das eine Stück fest und zieht es zusammen. Oder wenn es gar nicht geht, kann man auch die Zähne zur Hilfe nehmen. Und es ist super zierlich und zart, aber kann immer schön kombiniert werden.